Jeder Mensch hört unterschiedlich, aber niemand hört optimal. Gerade Hörgeminderte haben Probleme, die höheren Frequenzen wahrzunehmen. Für sie hört es sich in etwa so an. Ob mit oder ohne Hörhilfen kommen sie nicht in den Genuss, die gesamte Klangvielfalt zu erleben. Mit Proton haben wir einen universellen Verstärker entwickelt, der dem Anwender das gesamte Klangspektrum in vollendeter Tonqualität verfügbar macht. Unser Verstärker ist in der Lage, das Hörvermögen auszumessen und die schwach hörbaren Frequenzen gezielt zu optimieren. Der Anwender kann diesen Vorgang beliebig oft und bequem von zu Hause aus wiederholen. Im Gegensatz zu Hörhilfen liegt unser Fokus nicht auf Sprache, sondern auf den gesamten hörbaren Bereich. Damit ermöglichen wir dem Anwender ein optimales Musik- und Filmerlebnis für zu Hause. Proton, ihr hört mit uns. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!